Mit der neuen Aquador 35 AQ zeigt der finnische Hersteller hier in Düsseldorf erstmals seine neue Designlinie. Die beiden Sitzgruppen mit Einzeltischen lassen sich ganz schnell auch in einen großen Tisch verwandeln und damit können ungefähr acht Personen hier gemeinsam essen. Natürlich gibt es in der Aquador 35 auch zwei Kabinen und zwar diese Bugkabine hier mit einem sehr geräumigen Doppelbett und eine Unterflurkabine die allerdings im beiden Bereich relativ flach ist. Für beide Kabinen steht allerdings auch nur eine Nasszelle zur Verfügung. Wir haben sehr viele interessante Details gefunden wie zum Beispiel der Heckanker mit eigenem Ankerkasten, aber auch diese dreidimensional geformte Frontscheibe die auch noch beheizt ist und diese riesigen Glasflächen die den Innenraum natürlich sehr hell gestalten machen die neue Aquador natürlich zu einem besonders attraktiven Paket. Aus unserer Sicht stimmt die Designlinie und ist eine Bereicherung für die Marke.